So, jetzt geht's weiter mit SONIC! Im letzten Charakter in dem Spiel, mit dem ich jetzt auch noch das Spiel durchspielen will Und danach ist... Wenn das Spiel vorbei ist, ist halt das... Das wäre auch vorbei halt Dann werde ich was anderes spielen Top Speed! Jetzt schlägst du aus dem Spiel draus! Das war's! Zitra. Oh, yeah, wuh, yeah, wuh, ah. Yeah, woohoo! Deutsche! Fertig! Zockt eins! YAHUH! Woah, das war knapp! Yaaay! Ah, nein! Was haben wir denn? Yaaay, geschafft! Und durch! Eggman! Nein! Boiieieieie! Hup! Heißer! Hup! Und komm, komm, komm! Weg mal hin! Boah! Hier bist du dich! Oh, los! Weg weg! Dass wir shoppen können! Wir schafft! Jaaaay! Jaaaay! Wofa denn eh jetzt? Eaaaaay! Wofa denn eh jetzt? Jaaaay! Oh, läuft's auf diesmal besser als Wow Oh, top spielt jetzt immer noch, ey Oh, das war knapp Yay, wieder ein Nimm Oh, los Yay, wieder geschafft Spudom Sehr schön Oh, ein Hoth Wow Let's do it Oh, ich glaube, ich hab's noch nie Oh, ich glaube, ich hab's noch nie Das ist ja viel besser als beim ersten Mal Und hoch, bitte Ja, danke Juhu Juhu Oh, ich bin gleich Oh, ich bin gleich durch So lange ich mal 10 Minuten wie bin wehehe ? wui 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 aggressive Eggman Eggman Was zum Ich hab mich gar nicht schaffen dürfen, aber egal Egal, furscht Eggman ist down und ich hab hier ein Level geschafft Und wie gesagt, ich bin da immer für 10 Minuten ARCH Egal, furscht Egal, furscht Gute Doch! Yay, du of kind! Was zum... Oh, they're going to finish the workshop! Bl einzige... Jehovah! Chou chou chou... Ich hab euch wirklich! Je-yay, wieder Level geschafft! Ey, wenn das so weitergeht, hab ich vielleicht... ...zonnic mit zwei Parten geschafft! NEIN! Dann gehen wir wieder da und da... Nein! Was? Wow! Ich glaube, ich stehe nicht sicher! Hoch! Hoch, ich bin da! Und runter! Nein! Ich bin da! Los, 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 los! Hey! Oh da! Oh da! Als! Oh da! Ich glaube, ich hab auch mal geschafft, der für hier! Ja, da komm schon zu Eggman! Stopp. Was hast du das wenn der da unten ist? Das ist wieder nicht. Wie zum Kotzen ist das so, Alter? Fahr doch richtig. Los, gut. Wow. Oh, nein. Man, nein. Das war mal nicht. Wow. Ha, ha, ha. So. Das war's dann auch für diesen Part, ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Part, tschüss!